Hallo, ich wünsche euch allen einen schönen Abend. So, wir haben jetzt nun Türchen 11 mit dem Püssel, Weihnachtspüssel. Ja, das sind Weihnachtspüssel 70 x 50 cm, 1008 Teile, Puzzleteile, Adventskalender. Ja, das sieht echt super aus, mir gefällt es. Ich habe das jetzt auf dem Kopf stehen, weil ich besser herankomme, wenn ich in der Mitte bin, ich glaube dann bei der nächsten Runde hier, wenn hier die Stückchen fertig ist, werde ich das dann wieder umdrehen. Da komme ich besser ran, das ist nämlich sehr groß. Da habe ich gar nicht gedacht, dass das 70 cm immer noch so groß ist hier, sieht man als 4 Meter. So, okay, dann habe ich ja hier noch das Poster dazu. Wir sind jetzt umdrehen. Ja, sorry, das Stück. Ups, ich bin nicht drin. Ja, ich weiß nicht, ob man sieht. Oh je, jetzt fängt das mit der Husten an. Sorry. Hier sieht man, das Stückchen habe ich ja schon. Ich bin jetzt hier an dem Fenster. Hier an dem Fenster. Das Stück. Hier. Das kleine Stück Fenster. Da fehlt mir noch ein Puzzleteil. Das muss irgendwo wieder mal irgendwo versteckt sein. Ich bin ja gespannt, wo das liegt. So. Ja, wir sehen. Ich denke mal, den Weihnachtsbaum werden wir jetzt nicht dabei kriegen. Das sind dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich denke mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, genau. Bisher hier hat das Stückchen. Also, denke mal nicht, dass vielleicht ein kleines Milenstückchen Weihnachtsbaum dabei ist, aber nicht viel. Denke ich mal. So. Mal alles rüberschieben. Und da wollen wir mal beginnen. Na, das will nicht stehen hier, so wie ich das will. Dass ich das besser anschauen kann. So. Und hier haben wir jetzt nun Türchen 11. Hier werden wir mit Türchen 11 beginnen. Also weitermachen. Hauptsache, das sind nicht weg sind die Puzzle. Eins habe ich ja gefunden, eine andere Türchen. Eine andere Tür, Türchen. Und da bin ich ja gespannt, wo das ist. Hier habe ich nämlich auch gerade Fensterteile. Blau, blau, blau. Tageslicht mag ich besser als Abend. Abend. So. Ja. Was. Ach ja, das ist hier. Aber das hier gehört bestimmt zu dem Baum. Das Papier hier unten drunter ist nicht so schön. Mal schauen. Ich denke mal, dass das hier irgendwo hin muss. Das gehört doch zum Baum. Ein Stück vom Baum. Das wird wohl auch zum Baum gehören. Ja, da ist doch baummäßig mit dabei. Ach, das gefällt mir gar nicht, wenn das Papier unten drunter ist. So schön ist. So. Jetzt bin ich ja nur gespannt, wie ich das hinbekomme. Diesmal. Ach, ich denke mal. Ach, ich sehe das nicht, was ich jetzt hier mache, ne? Ja, das brauchen wir jetzt nicht so genau zu sehen. So. Ich denke mal, das gehört mir zum Baum. Das gehört mir zum Baum. So. Ne, das kann nicht so. Auch hier ist der 11 dran. Ja, auch Fenstermäßig. Blau und blau. Na, das ist blöd, wenn man das jetzt nicht habe, wenn mir das fällt. Oh, guck, ich hab's. Zu schnell. Ja, dann kommt hier noch so ein Stückchen Fenster dazu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich warte das jetzt nicht, mein Freund hat jetzt genießt. Mal sehen. Vielleicht das hier hin. Das ist ungefähr weiß. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Hier hin. Ja. Okay. So ein schmales. Das kann es nicht. Ich brauche schon mal alles. Was schon mal alles. Das kann noch nicht sein. Das kann auch nicht sein. Das ist nicht so schön. Hm. Das kann es auch nicht sein. Ja, ist was. Oh, das passt hier rein. Gut so. Das kann nicht sein. Das muss ein so breites sein. Nee. Das kann nicht. Das passt nicht. Das muss so breit sein. Das kann auch nicht sein. Das muss so breit sein. Da, ja, ich hab's. Das muss hier rein. Ach, siehst du mal, das habe ich davon es gerade gehabt. Nee. Ich hab's davon so, so eine Nase gehabt. Nee. Wo ist die Nase hin? Ich glaube, das muss hier rein. Genau. Jetzt hab ich es gefunden. Genau. So. Das ist so. 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 Das ist. das habe ich auch das kann es nicht sein das kann es auch nicht sein ach ja das muss dann hier hin das passt nicht klopf klopf, lass ihn wieder tun nachbarn nee das kann nicht sein wo habe ich mit den komischen nasa ach hier ist er nee die habe ich jetzt kann nicht sein geht es wieder los mit meinen Husten das kann auch nicht sein das muss wohl anders tun ja das hätte ich doch gerade gehabt das ist komisch, hier habe ich noch eins das muss aber hier rein nee das passt nee, 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 nee komisch ach ja, jetzt jetzt hänge ich wieder fest das muss doch hier irgendwo rein ach nee, das muss schmale sein ja, jetzt ja, jetzt ja, jetzt ich finde das schon wieder was ich finde das schon wieder was ich finde das schon wieder was ja 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 das kann ja auch nichts ich habe ja was gut Was das? Was das? Ich suche noch blau und braun. Ich denke, dass das hier so rein muss. Ich weiß nicht, ob das passt. Nee, das gefällt mir gar nicht. Nee, das passt nicht rein. Das hier wird sein. Genau. Ja. 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 Das passt aber nicht. Aber ich habe doch kein Blau mehr weiter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das war weg. Ja, also es muss hier noch so ein Blau rein. Aber das passt nicht rein. Das kann es auch nicht sein. Nee, das kann da auch nicht sein. Ja. 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 Nee. komisch stimmt die puzzles wieder mal nicht überall ich habe Vielen Dank. Ja, siehst du, so ist das, genau. Das ist gar nicht so einfach diesmal mit dem Puzzle. Ja, das ist... Oh... Das kann nicht sein, dass er weiter muss. Das ist grün mit der Treppe. Oh, jetzt habe ich schon meinen Kopf. Ich will ein bisschen runtergehen. Ich kenne immer mit meinem Kopf da oben drin. Da ist bestimmt immer mein Kopf drin. Da spiegelt sich wieder das Handy da. Ich verstehe gar nichts mehr. Ähm, die Puzzle hat sich ja... Das ist so kompliziert. Kann also gar nicht sein. Das kann aber auch nicht, das Gürtelstein. No. Hm. Mehr Suchter findet. Ich habe... Ups, jetzt habe ich wieder meinen Arm dazwischen. Aber ich habe hier noch ein Blau hier drin. Ich denke, dass ich das höher machen muss. Also ich halte immer die Hand davor. Und ihr könnt nichts sehen. Ja, ich werde wohl mal einen Stopp machen. Aber ich das nicht finde. Ich mache mal einen Kopfstopp. Mal gucken. So, ich bin jetzt wieder mal zurück. Ich habe irgendwie... Mir gefällt das Stück hier nicht. Auf jeden Fall... Das muss so... Das geht so. Und so. Auch mit 5. Gefallen mir nicht die 2 Teile. Ja. Das passt nicht hier. So satten hier. Ja. Aber laut Foto... Ja. Aber laut Foto... Ach das... Hm. Dann werden wir sehen. Wenn das Stück gemacht ist. Also irgendwie gefällt mir die 2 hier nicht. Also hier fehlt eins. Ist bis jetzt noch nicht zurück. Ähm... Ja. Okay. So. Das wäre dann Türchen 11. Hier kommt Türchen 12. Hier kommt Türchen 12. Da ist morgen. Ja. Ich weiß auch nicht. Irgendwie gefällt mir nicht so zu sagen. Ich mache das mal näher ran. Was sagt ihr dazu? Mein Finger ist da. Schaut mal. Die... Die 2 Stücke hier. Ob ihr das sehen könnt. Ob die zusammen passen. Mir gefällt das nicht. Ich weiß auch nicht. Ähm... Wenn ich das drehe. Wenn ich das drehe. Ich muss dann sehen. Wenn ich das hier die 12 mache. Wie das dann aussieht. Okay. Ich hoffe ihr konntet das sehen. Ähm... Ja. Das gefällt mir überhaupt nicht mit die 2 Stücke hier. Eins wiederum passt. Und ein anderer wiederum passt. Das nicht. So. Ja. Das war's. Erstmal. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Und da werde ich morgen sehen. Wie das hier aussieht. Die Ecke. Ob das überhaupt zusammenpasst. Okay. Dann tschüss. Euer Engelchen Gabriel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.